Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Wir haben Oktober, wir haben den ersten richtigen Handelstag im Oktober und Bitcoin pumpt richtig hinein. 28.300 US-Dollar startet jetzt möglicherweise der Pumptober oder wie man es auch immer nennen möchte. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Video anschauen. Natürlich auch, wo sind unsere Widerstände, wie können wir das Ganze traden. Und ja, bevor wir starten, erstmal einen guten Start in die neue Handelswoche. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche. Und ja, wie immer, lasst gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Wie unser kleines Update zur Ethereum-Position aussieht, werde ich jetzt auch gleich nochmal durchgeben. Kommt da gerne rein, der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Seit momentan, wie gesagt, bei 28.300 US-Dollar, die Widerstandszone hier oben, da sind wir jetzt angekommen. Das war auch so das grobe Ziel aus dem Wochenausblick, haben wir ja darüber gesprochen, 28.300, 28.400. Das ist die Zone, auf die es ankommen wird. Und genau da befinden wir uns. Wir haben jetzt durch den Pump heute Morgen bei 27.100 US-Dollar noch eine kleine Ineffizienz. Diese zieht sich so ungefähr bis 27.300 US-Dollar. Also diese Zone müssten wir auf jeden Fall nochmal im Blick behalten. Und ich halte es auch für sehr, sehr gut möglich, dass wir uns in diesem Bereich nochmal fortbewegen, diese Ineffizienz schließen. Den RSI vor allem dann nochmal runterbringen, weil da befinden wir uns auch momentan in einem überkauften Bereich. Also sehr, sehr vorsichtig jetzt auch irgendwie hier mit Long-Position. Sollten wir hier runtergehen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal eine Long-Position eröffnen. Und dann versuchen, entweder das Doppeltop oder sogar den Move in Richtung 29.500 US-Dollar mitzunehmen. Weil da hat im Endeffekt unser Abverkauf damals begonnen, ihr könnt euch daran erinnern, Mitte August, wo es dann schlagartig runterging bis auf unseren Boden bei 24.300 US-Dollar. Auf manchen Börsen immer ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist jetzt erstmal so der grobe Fahrplan, den ich mir vorstellen könnte für einen möglichen October bzw. für einen Start in diese Woche. Natürlich wäre es mega bullisch, wenn wir unter hochkommen, aber warten wir erstmal ab. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal diesen fetten Widerstandsbereich vor uns, der bis ungefähr 28.800 US-Dollar geht. Und danach eben diese nächste Zone mit einer kleinen Ineffizienz hier oben bei den 29.500 US-Dollar. Ich würde euch abraten, das Ding jetzt hier zu shorten. Lasst die Finger vom Short-Hebel einfach derzeit. Es lohnt sich nicht. Das Risiko ist so hoch. Ich würde mich eher auch nach so einem Pump erst einmal Long orientieren. Auch wenn wir hier jetzt ein RSI von 81 haben. RSI, sage ich auch immer gerne dazu, ist kein Wunderindikator. Jeder kann das Ding ablesen. Nur weil wir so hoch sind, heißt es nicht, dass wir noch weiter steigen können. Also hier vorsichtig sein, bitte keinen Short machen. Und Update wird dann wahrscheinlich folgen, dass wir uns so bei 27.300 US-Dollar dann einpendeln. Ansonsten, bevor ich es vergesse, BingX weiterhin die Aktion. Könnt ihr für 100 USDT einzahlen, kriegt dann 50 USDT an Free Trades. Also gönnt euch das. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und es wird bald ein BingX-Event geben. Da werde ich euch auch noch den Link in die Gruppe schicken. Könnt ihr euch gerne anmelden. Wird es wahrscheinlich in München stattfinden. Werdt vielleicht auch da vorbeigucken. Also meldet euch da auf jeden Fall an. Nächere Infos dann auch in der BingX-Gruppe. So, und dann gehen wir noch ganz schnell rüber zu Ethereum. Hier habe ich es ja vorhin mitgeteilt, nochmal ganz kurz in der Telegram-Gruppe. Heute früh mitgeteilt, dass wir hier Take Profit 1 nehmen. Wir haben ja gestern, das habe ich, wo haben wir es, wo haben wir es, zur Ethereum-Position. Ich verdoppel die Long. Neue Entry 1.630 und natürlich den Stop-Loss dann auf Entry setzen. Und was ist passiert? Auch hier natürlich dieser phänomenale Pump nach oben in der Spitze auf 1.748 US-Dollar. Die Ineffizienz nach oben noch nicht ganz gefüllt. Das wäre dann der zweite Take Profit. Das sage ich schon mal dazu. 1.775, 76 würde ich den zweiten Take Profit nehmen, der Verdopplung. Und dann können wir uns wieder überlegen, nehmen wir hier einen Short oder nicht. Derzeit, trotz dieses Pumps, würde ich keinen Short reingehen. Wir haben eine minimale Barrage-Divergence. Ist mir aber ehrlich gesagt noch zu wenig. Und wie gesagt, solange Bitcoin immer noch auf so hohem Niveau ist, würde ich einfach von Shorts abraten. Also wir sehen auch hier am Rand 28.350 bei Bitcoin. Steigt immer weiter. Also Finger weg vom Short-Hebel. Nochmal zur Verdopplung. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Sollten wir eben diesen Rücksetzer genauso bei Bitcoin kriegen, würde dieser auch bei Ethereum folgen. Und dann ist so diese Zone 1.693, 1.665 wäre dann die nächste Zone für die nächste Verdopplung. Dass wir den Long immer weiter aufbauen und immer weiter die Profite nach oben hin mitnehmen. Ja und wie gesagt, Ziel jetzt erstmal 1.780 US-Dollar. Aber danach schauen wir mal, dann kommen wir nämlich auch schon wieder in diesen Bereich, wo wir bei Bitcoin dann so bei ungefähr 29 bis 29.5 wären, ob da überhaupt noch die Kraft reicht. Aber gut, startet in Oktober. Schon mal sehr, sehr bullish. Erster Trade auch schon mal wieder. Take Profits genommen. Warten wir ab oder gucken wir, was noch so im Endeffekt im Ganzen herkommt. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Da kriegt ihr die schnellsten Updates. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns vielleicht heute Nachmittag nochmal, weil ich noch nicht, vielleicht nochmal ein kleines Update gebe. Ansonsten Telegram-Gruppe, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.